Hören Sie, Conway, dieser Ort hat Ihre Nerven angegriffen. Packen Sie Ihre Sachen und lassen Sie uns verschwinden. Ich habe nicht den Wunsch, in mein früheres Leben zurückzugehen. Dinner, 5 Uhr Tee, Polo. Sie wollen hierbleiben wie die beiden anderen? Sie sind wahnsinnig, Conway! Man hat mich gewarnt, bevor ich mich in Ihren Baskul anschloss. Wovor hat man Sie gewarnt? Man sagte mir, dass Sie im Krieg was abbekommen haben und seitdem manchmal so sonderbar sind. Ach, ich gehe jetzt. Es ist alles so fürchterlich, aber ich muss gehen. Ich habe mein Wort gegeben. Wem? Lothin? Ja. Leben Sie wohl, Melissa. Zum letzten Mal. Kommen Sie mit. Ich kann nicht. Das ist alles so fürchterlich, aber ich kann nicht mehr so fürchterlich, 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 Untertitelung des ZDF, 2020